Musik Herzliche Grüße aus Uganda. Bald ist es soweit, die Wochen sind verflogen und wir haben die Pässe bekommen, die guten Visas sind schon in Bearbeitung und wurden uns versprochen, noch für diese Woche. Und Henschel und ich fliegen schon heute Nacht nach Europa, um gewisse Vorbereitungen noch zu treffen und auch Verpflichtungen noch zu erfüllen. Aber der Chor kommt am 1. April und wir sind voller Erwartung und voller Spannung auf unsere Reise vom hohen Norden Deutschlands bis nach Bayern, Osten, Westen, Österreich und die Schweiz und vielleicht auch Italien. Wir werden viel Freude bringen. Die Kinder sind so ermutigt über das, was vor ihnen liegt und es wird auch viel gebeten. Und wir danken allen Menschen, die uns in Europa schon so heftig unterstützen, vom Büro in Imst und allen Sponsoren und allen, die uns unterbringen, die für uns kochen, die Werbung machen. Wir vertrauen, dass ihr nicht enttäuscht seid und große Freude erlebt mit unseren Kindern aus Uganda. Daher sehen wir euch. Shalom, bis bald. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.